Alle Infos zum K&K Cup gibt es bei den Westfälischen Nachrichten. Michael Jung beim K&K Cup 2018. Sie haben die Qualifikationsläufe jetzt hinter sich. Vielleicht schildern Sie einmal, wie es aus Ihrer Sicht für Sie jetzt gelaufen ist. Ja, ich bin sehr zufrieden. Fischer Solution ging richtig toll. Hat jetzt gestern einen Fehler, heute einen Fehler. Aber letztlich muss man auch in die Zukunft blicken. Und ich glaube, das waren trotzdem richtig gute Parcours. Wir haben viel gelernt. Es ist nicht einfach in der Halle. Es ist sehr klein alles. Aber der Parcours-Chef hat da einen tollen Parcours hingestellt. Man kann ihn trotzdem rhythmisch reiten. Aber es ist natürlich schon eine große Anforderung. Ja, erklären Sie uns doch mal, wo speziell liegt denn da die Schwierigkeit? Ja, einmal dadurch, dass es sehr kuckig ist, weil die Zuschauer auch sehr, sehr nah dran sind. Die Pferde sind schnell abgelenkt. Man muss immer wieder in die Ecke reinspringen, auf die Bande zu und wieder aus der Ecke raus. Dann dicken Ochser springen. Da müssen die Pferde unheimlich konzentriert sein, trotz der ganzen Ablenkung. Und das ist eigentlich so die Hauptklippe. Und gerade in den schweren Parcours wechseln die Distanzen ab. Da muss man einmal wieder nach vorne reiten, dann wieder zurück. Und das ist eigentlich dann so, wo dann auch die meisten Fehler passieren. Sie sind ja sonst auch viel in der Vielseitigkeit unterwegs. Jetzt hier beim großen Preis im Springen dabei. Warum starten Sie hier? Gut, ich reite schon immer Springen und Vielseitigkeit. Und das macht mir einfach sehr viel Spaß. Ich möchte jetzt im Springen auch ein bisschen mehr machen. Und gerade jetzt zu der Jahreszeit ist es natürlich mit der Vielseitigkeit auch ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich Zeit genug, auf die Springturniere zu gehen. Und umso schöner, wenn die Pferde mitmachen und man auch so tolle Turniere fahren kann. Wir haben schon mit Oliver Schulze-Brüning gesprochen, der Turnierleiter hier. Nach den Favoriten gefragt für den Sonntag. Und da hat er Michael Jung geantwortet. Was sagen Sie denn dazu? Ja, die Karten werden allerdings letztendlich neu gemischt. Ich reite wahrscheinlich Sportsmann. Habe noch nicht einen ganz festen Plan, aber wahrscheinlich geht Sportsmann im großen Preis. Der hatte ein bisschen Pause vorher, aber der fühlt sich richtig gut an. Deswegen glaube ich, könnte da schon ein bisschen was drin sein. Alle Infos zum K&K Cup gibt es bei den Westfälischen Nachrichten.